Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge. Ich erzähle euch in diesen Theoriefolgen tatsächlich, was ich bei mir daheim gemacht habe vor 14, ja fast 15 Jahren, als wir unser Haus im Schwarzwald praktisch gekauft haben von 1934 und was für Maßnahmen gemacht haben. Vielleicht hilft es euch, das ein oder andere Mal zu machen, weil die Schritte, die ich damals gemacht habe, sind heute genauso richtig. Also, wir waren beim letzten Mal beim Keller. Das heißt, ich habe hier tatsächlich eine Kellerdeckendämmung bei mir gemacht in 14 Zentimeter Dämmdicke. Damit bin ich natürlich über das, was man eigentlich braucht, tatsächlich hinaus, weil eigentlich braucht ihr, wenn ihr eine Kellerdeckendämmung macht, um die KfW-Förderfähigkeit hinzubekommen, ich sage jetzt mal, um den U-Wert 0,25 hinzubekommen, wie der Gesetzgeber das möchte, von der KfW. Da reden wir von, ich sage mal, 10 Zentimeter Dämmstoff. Ich habe mit 14 ein bisschen mehr gemacht, weil ich hatte den Platz. Falls es bei euch nicht so der Platz ist, also die 10 Zentimeter in 0,32 oder mindestens dann die 0,35 in 10 oder 12, das wird sich dann eben von der Decke hier abhängig machen, von der Jahreszahl, ist das, was ihr aber so als Dämmdicke annehmen solltet. Also geht bitte her und arbeitet dann entsprechend mit diesen Dämmdicken. Was ich dort übrigens auch gemacht habe, ich habe mich auch hier wieder für Minerablo entschieden, weil ich habe ja bei mir hier einen Raum, wo Technik und Waschmaschinen stehen, in den anderen jetzt nicht so, aber ich wollte den Lärm, der jetzt hier entsteht, natürlich auch nicht in die anderen Wohnungen übertragen. Ich habe also eine Platte herangemacht, die nicht schallreflektiert, wie jetzt eine feste Dämmung aus EPS oder so, sondern ich habe Mineralbole genommen, weil ich dann nämlich gleichzeitig meinen Brandschutz habe. Das ist ein Produkt A1, nicht brennbar. Technik, ja. Also wenn die Heizungstechnik im Keller steht, würde ich in dem Heizungsraum spätestens bitte nichts Brennbares an die Decke kleben. Dann macht er bitte was anderes hin. Da ist es vorbeugender Brandschutz für mich. Und ich wollte es halt aus akustischen Gründen auch entkoppelt haben, sodass natürlich neben der Wärme, neben dem Schall und dem Brandschutz ich eigentlich so ein Gesamtpaket habe, das auch diffusionsoffen ist. Das heißt, wenn irgendwo was sein sollte, habe ich hier jetzt keine Probleme. Und ich habe auch hier entsprechende Vliese drauf, wie gesagt die Hardline, sodass hier tatsächlich auch kein Faserflug ist. Und abgesehen davon habe ich hier Produkte mit einem blauen Engel. Alles safe. So, jetzt ist aber natürlich nicht das alles hier praktisch nur die Dämmdecke gewesen, sondern ich habe ja auch Installationsleitungen gehabt oder alte Elektroleitungen. Die habe ich natürlich immer aus den Dämmstoffen sozusagen ausgeklinkt, wenn hier eine alte Kabel durchgeführt ist, eine Lampe. Die Lampe habe ich übrigens dann tatsächlich mit dem Kabel hier verlängert, habe hier eine OSB-Platte sozusagen durch die Decke hier mit einem Dübel befestigt und habe hier meine Lampe wieder hingemacht, sodass ich tatsächlich nicht auf dem Dämmstoff versucht habe, irgendwas festzumachen oder zu kleben, sondern ich habe einfach eine OSB-Platte genommen. Die habe ich dann praktisch mit vier Schrauben festgemacht und an die konnte ich meine Läuftstoffröhren oder normale Lampen befestigen. Also vielleicht als Tipp, wenn jemand sowas machen möchte, geht auch wunderbar. Gut, jetzt habe ich aber wie gesagt die Heizungstechnik, also Rohre. Weil ich habe bei mir natürlich auch Warmwasserleitungen, die irgendwann nachträglich in den Kellerraum reingekommen sind, an der Decke entlanglaufen. Jetzt war für mich aber ganz klar wichtig, dadurch, dass ich die Dämmung als allererste Maßnahme gemacht habe, konnte der Heizungsmonter danach seine Rohrleitungen außerhalb der Dämmung montieren. Heißt, ich habe nicht erst an der Decke Rohre gehabt, die ich dann aufwendig rumschnitzen muss und dann auch nicht wusste, ob die Abstände passen oder wie ich Dämmung dahinter mache. Ich habe zuerst meine Decke gedämmt und dann sozusagen die Rohre verlegen lassen. Das kam mir im zweiten Schritt. Ich wollte, dass ich eine durchgehende Schicht Dämmung habe, die ich nicht rumschnitzen muss, keine Abfall produziere und das Ganze super funktioniert. Da vielleicht ein kleiner Tipp, wenn wir uns schon das angucken. Wie gesagt, ein Haus von 1934, der hat hier tatsächlich keine rechten Winkel gehabt. Das heißt, wenn ich jetzt mal übertrieben einen Raum so zeichne, von oben gesehen, der nicht im rechten Winkel ist, dann ist es zwar schön, dass ich die Platten hier immer schön an die Decke klebe und versuche dann hier irgendwie so schräg zu schneiden oder sonst wie und dann im Versatz weiterzumachen. Aber wenn ich jetzt die Platten tatsächlich bis in die Ecke geschoben hätte, dann hätte ich hier immer so eine offene Fuge gehabt. Ich wollte aber einfach dieses schräg schneiden nicht. Ja, also das ist jetzt übertrieben. Bei mir war es natürlich nicht so aus dem Wasser, sondern es waren halt einfach ein paar Grad. Aber ich wollte diese offenen Fugen nicht. Aber ich wollte auch nicht anfangen zu schnitzen. Was habe ich gemacht? Ich habe tatsächlich zuerst meine Deckendämmung bis an die Wand ausgeführt, wo die offenen Fugen dann vielleicht entstanden sind, so kleine Ecken und habe die dann über diese Flankendämmung wieder geschlossen, sodass die praktisch eigentlich nicht wieder zum Tragen kamen. Also die Dinger wurden, wenn man jetzt von oben guckt, die Dämmung, die wurden von unten praktisch entlang dieser Wand wieder verschlossen. Also den Tipp gebe ich euch, dass ihr nicht zuerst die Flankendämmung macht und dann die Dämmung dagegen fahrt, weil dann werdet ihr wieder diese Dreiecke haben, sondern macht bitte zuerst die Fläche und geht dann mit der Flankendämmung dran und dann habt ihr hier in den Ecken auch keine Probleme. Den Tipp gebe ich gern noch mit. Kommen wir zurück zu den Rohren. Also ich habe meine Heiztechnik, da werden natürlich Warmwasserleitungen verteilt und auch für die Fußbodenheizung, die dann neu reingekommen sind, die einzelnen Stockwerke, auch die entsprechenden Leitungen. So, wie habe ich das mit den Leitungen gemacht? Also wenn das hier meine Decke ist, das ist die Betondecke. Das ist die Dämmung. Da guckt ihr bitte in das Infopaket bei uns auf der Homepage oder halt in die Sendung bei Isware Live. Da haben wir euch auch die ganzen Kleber dazu vorgestellt und auch wenn man mal dübeln möchte oder oder oder. Da habt ihr wirklich viele Möglichkeiten und die Kleber aus dem Hause Weber funktionieren da super. Also es gibt sicher auch andere Kleber, die funktionieren. Wir haben die Erfahrung gemacht, dass entsprechend mit dem Weber Therm eigentlich sehr, sehr gut das Ganze an die Decke zu bringen ist, ohne dass es runterfällt. Und man kann auch vorher gucken, wenn ich so eine alte Decke fünfmal mit Farbe angestrichen habe, funktioniert das mit so einem Farbansprich nachher auch oder nicht, wenn ich eine Decke hinklebe und löst sich vielleicht die Farbe und fällt mir die Platte runter. Also da gibt es einen schönen Test. Den guckt ihr euch bitte auch auf Isware Live an. Mit dem Uwe Renner zusammen haben wir da entsprechenden Folgen gemacht. So kommen wir zu den Leitungen. Also was hat mein Heizungsmonitor gemacht? Der hat tatsächlich hier eine entsprechende Schraube reingedreht in die Decke und hat hier unten erst seine Schellen gehabt. Jetzt habe ich ihm aber ganz klar gesagt, mach bitte deine Schellen nicht direkt hier mit jeder einzelnen Schraube, weil wenn ich vier, fünf, sechs, sieben Leitungen habe, hat er vier, fünf, sechs, sieben mal so Löcher reingemacht und Metall leitet Wärme. Ich wollte keine Löcher in meinem Dämmstoff haben. Also habe ich ihm gesagt, du baust dir hier bitte mit zwei so Schrauben, so eine Art kleine U-Schiene. Also das Ding von der Seite gesehen sieht so aus. Und in diese Schiene konnte er natürlich jetzt wunderbar seine Schellen hier drei, vier, sechs oder acht Stück machen. Und diese Schiene hat er schön Press an die Decke herangemacht. Über die Flächenlast hat sie auch nicht so festgezogen. Das heißt, ich habe hier eine Schiene, wo er auch jederzeit die Abstände hat noch variieren können, weil ich habe dann gesagt, wenn du hier Rohre hast, will ich da drumrum mindestens natürlich auch eine Dämmdicke haben. Das wird dann doof, wenn natürlich die Rohre so wie jetzt hier nah beieinander sind. Dann kriege ich die Dämmung über die zweite gar nicht hin, weil hier kollidieren sie. Also konnte er hier tatsächlich die Leitungen hier in dieser Ebene, in dieser Schiene hier verschieben und auch entsprechend hier noch befestigen. Also hat er die tatsächlich dann verschoben gehabt und es passte tatsächlich der Dämmstoff beides mal vollflächig um das Rohr rum. Und da gibt es eine Grundregel. Auch in der Gebäude-Energien-Gesetz gibt es da eine Anmerkung, wie ich Rohre dämmen muss. Und das gebe ich euch jetzt auch zum Besten. Das ist auch wichtig, weil da gibt es ganz, ganz viel Mist. Auch im Markt. Also Rohrinnendurchmesser ist ungefähr die Dämmdicke, die ich außenrum brauche. Habe ich also hier ein 20 Millimeter Rohr oder ein 22er, muss ich mindestens mit 20 Millimeter als Dämmdicke hier drumherum dämmen. Sodass ich praktisch 20 plus 22 plus 20 eigentlich 62 Millimeter Luft brauche. Und das gleiche natürlich hier. Also wird sich dieser Abstand hier natürlich automatisch aus den Dämmdicken, die ich drumherum habe, ergeben und dem Rohr. Jetzt gibt es ganz viele, die natürlich jetzt irgendwo zu diversen Händlern rennen, ob es jetzt im Privatherenbereich ist oder im Profibereich. Die gehen her und nehmen manchmal diese schwarzen Kunststoff-Rohisolierungen, die es da in allen Formen und Farben gibt oder so. Aber in der Regel meistens nicht in der Dicke praktisch, die man braucht. Weil hier steht nicht nur die Dämmdicke hin ungefähr als Faustregel. Rohrinnendurchmesser gleich Dämmdicke. Sondern hier steht in dem Gebäude-Energien-Gesetz als Vorgabe drin, dass es ein Dämmstoff sein muss mit 0,035er Dämmstoff. Also mit dem Lambda. Das heißt, diese grauen Schaumstoff-Dinger haben dieses Lambda zum Teil gar nicht. Da passt immer bitte auf. Das ist dort nicht zugelassen. Ich verstoße hier gegen ein Gebäude-Energien-Gesetz. Das kann ganz fatale Strafen haben. Wenn ein Handwerker das macht, dann reden wir teilweise wirklich bis zu 5 bis 10.000 Euro Strafe pro Wohneinheit. Habe ich ein Haus mit zwei Wohneinheiten, habe ich diese Strafe mal zwei. Bitte aufpassen. In der Regel gibt es bei uns zum Beispiel unsere U-Pipe Section Alu-2, also unsere Ultimate Rohrschalen, mit der wir tatsächlich solche Rohre wunderbar dämmen können. Die gibt es wie gesagt für den Privatbereich auch. Ist eine Mineralwolle in 0,35. Entsprechend mit oder ohne Alu-Kaschierung. Ich würde die immer mit Alu-Kaschierung nehmen. Da ist der Kleber dabei. Ihr könnt da wunderbar eigentlich Brandschutz und Schallschutz in einem Dings machen. Natürlich auch den Wärmeschutz in der Dicke. Also da guckt ihr mir bitte drauf, dass ihr dieses Lamm da habt. Das habt ihr mit unseren Rohrschalen auf jeden Fall. Und dass hier die Dämmdicke immer ungefähr von dem Innendurchmesser des Rohres entspricht. Heißt aber wirklich bei der Montage diesen Abstand dann auch einzuhalten. Das ist wichtig. Ganz oft wird erstmal die Leitung gelegt und dann überlegt sich keiner, was er dann tatsächlich mit dem Dämmstoff macht. Und dann wird ganz irgendwie, damit es irgendwie passt, mit diesen Schaumstoffdingern gearbeitet. Das ist tatsächlich nicht erlaubt. Ich darf nur, wenn ich Durchbrüche habe oder irgendwo durchgehe, durch eine Wand, hier zum Nachbar zum Beispiel, wenn ich da mit einer Rohrleitung rüber muss, dann darf ich diesen Querschnitt einmal reduzieren. Bei Durchbrüchen oder durch eine Decke durch. Aber ansonsten ist hier der volle Durchmesser, so wie der Gesetzgeber es möchte, tatsächlich auszuführen. Passt mir da bitte auf, weil dann kenne ich genug Betriebe, die damit auf die Schnauze gefallen sind. Und das soll euch nicht passieren. Also zu den Rohrschalen und Kellerdeckendämmung, darauf achten. 0,35 Rohrinnenmesser ist die Dämmdicke, die außenrum muss. Deswegen auch entsprechend die Rohre so verlegen und idealerweise mit so einer Schiene, wo ich dann tatsächlich da noch ein bisschen spielen kann. In diesem Sinne hoffe ich, konnte ich jetzt mit den Rohrschalen auch noch was erzählen. Und als nächstes gehen wir dann tatsächlich hier exemplarisch an die oberste Geschossdecke. Die habe ich bei mir zwar nicht ausführen müssen, aber die will ich der Vollständigkeit halber auch nochmal erwähnt haben. Übrigens, das habe ich ganz vergessen, man kann solche Maßnahmen natürlich auch mit der Kellerdecke zum Beispiel selber ausführen. Das heißt, seit Januar 2023 gibt es die Möglichkeit, tatsächlich Maßnahmen selber auszuführen und auf das Material, das ich dann gekauft habe, tatsächlich auch eine Förderung zu bekommen. Wichtig ist, ich muss auf jeden Fall die U-Werte erfüllen, die der Gesetzgeber aufruft. Das ist in der Kellerdecke zum Beispiel der U-Wert von 0,25. Ich habe es ja vorhin schon mal gesagt, also wir brauchen dort mindestens die 100 Millimeter Dämmstoffdicke. Abhängig davon, was für eine Betondecke ich habe, also von einem Jahrgang. Da kann man dann entsprechend in der Dehnage nachschauen, was für ein Baujahr habe ich. Dann weiß ich, wie gut ist die Decke, wie viel muss ich noch drauf tun. Aber ich sage euch mal pauschal, die zehn Zentimeter würde ich immer brauchen. Wenn ich diese Maßnahme selber mache, weil ich kein Handwerker finde, könnt ihr das Material entsprechend fördern lassen, wenn ihr ab dieser Dicke dann diesen U-Wert auch tatsächlich erreicht. Dazu braucht du tatsächlich nur noch einen Energieeffizienzexperten, der euch bestätigt. Ihr habt tatsächlich diese Dämmdicke in dieser Qualität zum Beispiel in 0,32 oder 0,35 ausgeführt, um den U-Wert hinzukriegen. Das rechnet ihr euch aus mit dieser Decke und ihr seid auf der sicheren Seite. Wenn ihr genau wissen wollt, was für einen U-Wert ungefähr eure Ausgangsdecke ursprünglich hatte, könnt ihr bei uns gerne auch in der Fachberatung anrufen. Da habt ihr immer ganz am Anfang auch die Telefonnummer und ganz am Schluss auch im Abspann. Also da anrufen, nachfragen, wie dick muss ich dämmen. Ich kann euch sagen, dass ihr meistens bei diesen zehn Zentimetern rauskommt. Macht das selber, hebt die Rechnung auf, holt einen Energiefachberater, tut das entsprechend bestätigen und könnt mit seiner Bestätigung das bei der KfW einreichen und kriegt Förderung auf das Material zumindest, auch wenn es kein Handwerker ausgeführt hat. Sehr interessant finde ich und das gleiche gilt auch übrigens für die oberste Geschossdecke oder wenn ich meine Zwischensparendämmung mache und auch hier die U-Werte von der KfW einhalte. Also es lohnt sich tatsächlich auch solche Sachen, wenn es nicht anders geht und kein Handwerker Zeit hat, auch selber auszuführen. Auch das ist eine Option.